So Freunde, in diesem Sportwetten-Video werde ich dir den allerfeinsten Sportwetten-Content geben, den man eigentlich nur bekommen kann. Ich werde dir hier was richtig Cooles zeigen, und zwar wie diese beiden Buchmacher, wo ich unten die Logo schon eingeblendet habe, riesige Fehler in ihrer Quotenauswahl gemacht haben, wo man enormen Profit machen konnte, den wir natürlich ausgenutzt haben. Denn darum geht es bei Sportwetten. Wenn ein Buchmacher einen Fehler macht, dann muss man das gnadenlos ausnutzen. Bei diesen zwei Sachen, ich habe da wieder zwei Beispiele dabei, wo ich gewettet habe, wo auch viele andere Leute dann gewettet haben. Da wir das Ganze gefunden haben, diesen Fehler, habe ich mit meine höchsten Wetteinsätze in den letzten Monaten gemacht. Also sehr, sehr hohe Wetteinsätze. Ich rede nicht von 100, 200 Euro, sondern wirklich von sehr hohen Wetteinsätzen. Und ich werde jetzt einfach mal quasi dir zeigen, warum das quasi der Riesenfehler war, warum ich das ausgenutzt habe. Und ich möchte jetzt gar nicht großartig einen Spannungsbogen ziehen, denn dieses Video zeigt dir einfach mal von A bis Z, wie ich dabei vorgegangen bin, was die ausschlaggebenden Punkte waren. Und vor allem auch Schwarz auf Weiß mit Beweis, dass das hier wirklich ein Riesenprofit war. Und wie das Ganze funktioniert, wie gesagt, gibt es direkt nach dem Intro. Let's go! Ich habe eine Bitte an dich und zwar macht mir das Ganze natürlich leidenschaftlich Spaß und sonst würde man, glaube ich, auch nicht so viele Videos machen. Also ich rede einfach gerne darüber. Ich versuche dir möglichst viele Tipps und Tricks zu geben. Ich kann natürlich nicht alles sagen, was ich gerne sagen würde. Das heißt, wenn ich hier solche Videos mache, einfach gut zuhören, sonst zweimal anhören, zwischen den Zeilen auch ein bisschen lesen. Und wenn dir, wie gesagt, sowas gefällt, dass ich einfach darüber rede, ich glaube, man kann da immer viel Mehrwert mitnehmen, denn letztendlich geht es ja hier auch um 1000 Euro. Dementsprechend schreib mir gerne in die Kommentare, ob du mehr sowas sehen willst, dass ich einfach darüber rede. Ich kann gerne immer mal Updates machen, wenn solche wirklich krassen Wetten, wie zum Beispiel jetzt dabei sind. Dieses Video ist nur für Leute, die wirklich mit Sportwetten Geld verdienen wollen. Für alle Kombi-Wettenspieler, Money-Race-Spieler und so weiter und so fort ist das Ding hier überhaupt nichts. Die können direkt ausschalten. Die werden auch wahrscheinlich das, was ich dir jetzt erklären werde, gar nicht verstehen, beziehungsweise sie wollen es nicht verstehen. Denn hier braucht man ein bisschen Anstrengung im Kopf, denn Sportwetten hat halt auch viel mit Zahlen zu tun. Und das ist nun mal einfach bei Sportwetten essentiell. Das heißt, man muss auch ein bisschen fit im Kopf sein, wenn man hier Geld verdienen möchte. Wie gesagt, nichts für Leute, die irgendwelche Kombi-Wetten-Vorlieben haben. Alles schön und gut. Aber in diesem Kanal dreht es sich zu, sagen wir mal 85, 90 Prozent, darum, strategisch zu wetten und Geld zu verdienen und nicht irgendwie Spaßwetten zu machen. Also, wir haben hier zwei Buchmacher, deutsche Buchmacher, die hier einen Riesenfehler gemacht haben. Was meine ich damit? Wenn es um einen Riesenfehler geht, da gibt es nur eine Sache, und zwar es geht um die Quote. Wichtig, wenn ich dir das hier gleich erzähle, wirst du wahrscheinlich denken, ich werde eine bestimmte Strategie spielen. Die spiele ich aber nicht. Das werde ich dir gleich auch nochmal am Ende sagen. Viele werden gleich denken, ah okay, der macht das, was vielleicht auch viele andere machen. Aber nein, hier geht es um was ganz, ganz anderes. Also, diese zwei Buchmacher haben Fehler gemacht. Warum, werde ich dir jetzt mit Beispielen belegen. Ganz wichtig, wenn du neu bist, wenn du vielleicht noch nicht Abonnent bist, abonniere diesen Kanal. Wenn es ums Thema Sportwetten geht, führt hier kein Weg dran vorbei. Und für alle, die noch nicht die Glocke aktiviert haben, aktiviert bitte die Glocke. Das ist wahrscheinlich gut für den Algorithmus. Genauso wie einen Kommentar und einen Daumen nach oben, weil den Daumen nach oben sehe ich halt, ob es euch gefällt. Genauso wie an den Kommentaren. Dementsprechend, wenn euch so eine Art Content gefällt, einfach mal anschauen. Ich werde auch noch ein Video machen. Das ist thematisch zu diesem Video und zwar auch zu meinem Netzwerk. Das wird irgendwas mit Sportwetten, Millionäre etc. als Titel haben. Das heißt, falls dieses Video schon draußen ist, das andere noch nicht, guck einfach mal auf den Kanal Sportwetten, Millionäre. Irgendwie so wird der Name sein, wo ich mal noch mal ein bisschen weiter hinter die Kulissen zeige, als nur in diesem Video, wo ich dir jetzt erstmal die Strategie und das Ganze theoretische zeige. Also, Fehler Nummer 1. Diese Partie Griechenland, wie gesagt, zu dem Netzwerk kommt gleich noch was, woher ich diese Wette habe. Denn das ist hier die zweite griechische Liga. Wir sind hier auf den Unentschieden gegangen. Wichtig. Ich habe dir gerade eben schon gesagt, vielleicht, aha, jetzt sieht man 35% Profit, okay, Value, alles klar. Das ist nicht die Strategie, was jetzt viele denken. Kommen wir gleich zu. Einfach dranbleiben. Also, wir haben hier erstmal eine Wette, die wir spielen, weil ich hier die Info bekommen habe und auch aus meinem Netzwerk, wo viele gute Leute sind, die auch in Griechenland vor Ort sind, kommen wir gleich noch zu dem Video, dass die hier aufs Unentschieden gegangen sind mit sehr hohen Wetteinsätzen. Und sowas ist dann was, wo ich gerne einfach mitgehe. Und das mache ich seit Jahren so, weil das einfach sehr gut funktioniert. Die Quote ist nur noch ein 2,30 für das Unentschieden. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich denken, ein Unentschieden mit einer 2,30 Quote ist relativ niedrig. Natürlich hat das einen Grund. Es wurden schon große Wetteinsätze getätigt von den Leuten. Die Quote geht dann relativ schnell runter. Und in Griechenland ist es teilweise auch so, sodass die Unentschieden Quote nicht 3,30, 3,50 sind, sondern nur 2,80. So in dem Dreh. Aber die Quote ist halt ein bisschen schon runtergegangen, weil einfach hohe Wetteinsätze kommen. Oft ist es auch so, Bet365 nimmt diese Partie raus. Diese Partie wurde zum Beispiel live dann rausgenommen, weil Bet365 beziehungsweise auch Tipico und so weiter gesehen haben, Oh, da kommt viel Geld wahrscheinlich drauf. Hier wird gerade sehr, sehr viel Geld auf irgendeine komische Partie in Griechenland, 2. Liga gepumpt. Und ich weiß gar nicht, was vorgeht. Ich nehme das Ding lieber vorsichtshalber raus. Genau das ist hier passiert. Was hier aber interessanter ist, ist der Fehler. Denn normalerweise, schau mal links auf meinen Screenshot, dieser Screenshot stammt aus unserer VIP-Gruppe, Signalgruppe heißt das Ganze, wo wir speziell auf Neobet, habe ich ja hier am Anfang gezeigt, diese zwei Buchmacher, einmal ist Neobet, gleich Combat365 noch, wo Neobet eine zu hohe Quote gemacht hat. Denn die faire Quote für diese Wette war dann irgendwann nur noch eine 1,70. Wir haben aber bei Neobet eine 2,32 bekommen. Und für die, die es nicht verstehen, das ist natürlich sehr gut für uns. Das habe ich extra nochmal dazu geschrieben, denn es gibt halt auch ein paar Anfänger in der Signalgruppe oder Leute, die halt einfach nur die Dinger nachspielen, aber vom thematischen Sportwerten gar keine Ahnung haben. Die 1,70 Quote ist eine faire Quote. Was passiert, wenn die allerhöchste Quote am Markt 1,70 ist und Neobet eine 2,32 Quote gibt? Natürlich kann man dadurch erstmal Abitrage machen. Das heißt, man kann auf anderen Buchmachern einfach zum Beispiel den Heimsieg und den Auswärtssieg wetten und man hat einen Gewinn. Denn wir haben bei Neobet einfach eine zuge Quote, weil Neobet einen Fehler gemacht hat. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist aber, dass das Ganze Value hat. Was bedeutet das? Wenn die Wahrscheinlichkeit eine 1,70 Quote ist und wir bekommen eine 2,30, sind wir enorm drüber. Und jetzt, das ist das, was ich gerade schon gezeigt habe. Denn es geht hier nicht um Value Bats. Das ist jetzt keine Value Bats, dass ich an irgendeinem PC sitze und gucke, wo kann ich 2% Gewinn machen. Denn das sind Value Bats. Du schaust einfach, wo ist ein kleiner Value da. In Deutschland mit der Wettsteuer kannst du das eh knicken. Aber für die ganzen Leute, wo halt die Wettsteuer noch nicht vorhanden ist, da würde eh irgendwann auch eine kommen. Macht euch da mal keine Sorgen. Also auch die Leute jetzt, die in Ländern sind, wo keine Wettsteuer ist. Ihr könnt mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das früher oder später eine Wettsteuer kommen wird und dass dann viele Sachen einfach nicht mehr funktionieren wird. Also ich sitze hier nicht mit irgendeiner Software und gucke, wo kann ich 2, 3% Value machen. Denn schaut euch das an, das Ding hat 35% Value und in keiner Software der Welt würdet ihr sowas finden mit 35%. Also das war hier wirklich eine einmalige Sache. Aber es ging darum, dass ich halt die Info bekommen habe auf das Unentschieden, dass da viele einfach hohe Wetten platziert haben. Ich werde dir auch gleich nochmal zeigen, etwas zu diesen Griechen, wo ich die Info halt herbekommen habe. Zweiter Fehler übrigens, die erste Wette ist gewonnen und darum geht es ja auch. Wir wollen die Wetten haben, die hier gewinnen und nicht, wo wir irgendwie mal Value haben. Gut, das sind jetzt 28%, was wirklich geisteskrank ist an Value. Jeder, der sich mit Value-Bets jetzt auseinandersetzt, weiß, dass das absolut surreal ist und so gut wie nie vorkommt. Hier haben wir jetzt auch einige Wochen davor eine Value-Bet gehabt. Die Quote ist 1,45 als fairer Wert. Unsere Quote bei Bet365, weil Bet365 hat nicht aufgepasst und das ist einfach falsch eingeschätzt, 1,87 sind 28% zu hoch. Das heißt, der Buchmacher hat hier bei Bet365 einen Fehler gemacht, hat die Quote zu hoch angesetzt. Das war in Bangladesch, war es auch hier auf einen Auswärtssieg. Auch hier ist die Wette gewonnen worden. Es geht hierbei um diese zwei Sachen einfach darum, erst einmal, dass das natürlich ein Signal ist von uns, wo wir von ausgehen, dass hier ein Unentschieden kommt, hier der Auswärtssieg. Das ist auch so gekommen. Die zweite Sache, die einfach genial ist, ist, dass man bei diesen, diese Fehler zusätzlich noch ausnutzt. Denn die Quoten sind hier einfach zu hoch gewesen. Ich glaube, das versteht man jetzt auch. Denn bei einem anderen Buchmacher kriegst du hier keine 1,87 Quote, dann kriegst du vielleicht eine 1,50er Quote. Die faire Quote ist 1,45 gewesen. Nur bei Bet365, weil die halt geschlafen haben, in diesem Fall 1,87 und nur in diesem Fall bei Neobet 2,30, sonst wäre sie nur eine 1,70 und das sind einfach 35% und einmal 28% zu hoch. Was ist der Wettansatz dahinter? Was habe ich dir gerade eben schon gesagt? In diesem Fall sind das Leute aus Griechenland, die ich kenne, die hohe Wetten haben auf diese Partie, die sich da sehr sicher waren, dass das Ding unentschieden ausgeht und dementsprechend bin ich da mitgegangen. Das hat nichts mit Value Bats oder sonstigen zu tun, aber es ist halt einfach in Anführungszeichen eine Mega Value Bet. Ja, kann man so sagen. Das Ganze habe ich, wie gesagt, von einem Griechen, den ich schon sehr lange kenne. Das sind mehrere Leute, wo ich auch, ich bin jetzt erstmal im Urlaub und dann werde ich dorthin fahren und zusammen, das habe ich auch eine E-Mail gemacht, weil viele hat das einfach mal interessiert, die auch in der Signalgruppe sind, denn dort werde ich mit denen dann das Conference League, ist das also nicht die Europa League, sondern diese kleine Liga darunter, Conference League Finale in Athen war das meine ich, gucken, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, in diesem Olympiakos Stadion im VIP-Bereich, wenn die Pläne so kommen, wie das alles klappt. Denn erst bin ich im Urlaub, dann dort und so ist quasi der Ablauf, denn von so welchen Leuten bekomme ich halt ab und zu Infos. Es ist ein großes Netzwerk, genauso wenn ich zum Beispiel was habe, gebe ich das auch weiter und so funktioniert das Ganze. Das heißt, wenn zum Beispiel was in Deutschland ist, wo ich auch wieder gute Kontakte habe, auch in den kleineren Ligen, jetzt nicht Bundesliga, zweite Liga, dann gebe ich das natürlich auch weiter und so basiert das Ganze drauf und es ist einfach eine Sache, die seit Jahren sehr gut funktioniert und man sieht halt auch gerade bei diesen Dingern hier unentschieden, da hatten wir neulich auch wieder was, das funktioniert sehr, sehr gut und wie gesagt, das war jetzt bei dieser Partie genau in Griechenland mein höchster Wettansatz seit, weiß ich nicht, auf jeden Fall in diesem Jahr. Wichtig, wenn du in die Signalgruppe möchtest, die ist zu den meisten Zeiten einfach ausverkauft, es gibt eine Warteliste und alle, die sich schon mal auf diese Warteliste eingetragen haben, ich kann nicht garantieren, dass das alles 100%ig geklappt hat, technisch, deswegen jetzt nochmal der Link, unten, wo du dich in die Warteliste eintragen kannst, wenn das Ganze verfügbar ist, kriegst du dann eine Nachricht und dann wird das ein Stück weit auf sein, wir nehmen eine gewisse Anzahl an Leuten auf und wenn das erreicht ist, ist das Ding wieder zu und dann dauert das wieder Monate, vielleicht dauert es ein Jahr, vielleicht wird es nie geöffnet, ich kann es nicht sagen, aber das letzte Mal, dass wir die geöffnet haben, ist jetzt auch schon wieder, glaube ich, ein halbes Jahr ungefähr her, ich habe das nicht so auf dem Schirm, aber Pi mal Daumen, das heißt, da kannst du dich eintragen und ganz wichtig, wenn du noch nicht Abonnent bist, schau dir das an, schau dir auf jeden Fall die Playlist, Sportwetten-Tipps und Tricks an, Sportwetten-Strategien, denn dort verrate ich dir so welche Sachen, schau dir die Live-Wetten-Videos an und dann bist du auch auf dem besten Stand, liebe Grüße. Jetzt habe ich zum Ende noch einen ganz heißen Tipp für dich, wenn du erfahren möchtest, wie Sportwetten-Profis wetten, habe ich ein neues kostenloses Sportwetten-Webinar erstellt, dieses Webinar ist aber nur über den Link in der Beschreibung auf unserer Webseite verfügbar, also schau es dir jetzt an. Bis zum nächsten Mal.